Ja hallo Leute, hier ist wieder Klaus mit dem Profil Emma. Setze das Spiel fort mit Emma. Emma hat gerade einen neuen LKW gekauft, ein EWCO. Die erste EWCO überhaupt von Emma und auch von dem Profil und sonst. Sonst haben wir immer die Mercedes gekauft, die kleinen und jetzt kaufen wir den ersten EWCO. Die EWCO spart also 22.000 Euro ein. Die hat jetzt 18 Euro eingespart. Ich habe nicht ganz klein gekauft mit 310 PS, sondern ich habe den Motor ein bisschen aufgestockt auf 330. Ob das jetzt irgendwas bringt, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht welche Lasten man braucht, um welche Aufsäge zu bekommen. Ja also, jetzt brauchen wir natürlich noch für den neuen Mann einen Auflieger und der muss erstmal bezahlt werden. Bei der Bank haben wir noch EWCO-Zinsen jetzt. 10.000 Kreditrahmen haben wir. Und bei 16.000 Zinsen müssen wir bezahlen. Das heißt also, weiter arbeiten. Rente ist noch nicht in Sicht. Also, Nummer 10.000. Also, ich weise die Gesetze aus, indem ich jetzt hier, ja immer mehr, immer bis an den Rente belassen gehe. Okay, jetzt haben wir also 16 Uhr. Heute schaffen wir noch eine Tour. Was nehmen wir noch? Dann kriegen wir noch eine gute Tour. Von Turku und Hauptsala. Um 16 Uhr. Die nehmen wir. Bekomme ich die EWCO-Zinsen jetzt irgendwie zusammen mit dem Kreditraum, das ich habe. Dass ich, wenn ich da reingehe, dass ich dann, dass ich dann höheres, höhere Auftragsleistung bekommen muss. Also, wir nehmen das jetzt in die Tour kommen. Wir müssen direkt runterfahren. Dann müssen wir ausfallen. Dann machen wir erstmal Licht an. Und dann, wenn wir dann nochmal abdreht, nicht rundum Licht. Okay. Fertig zum losfahren. Dann brauchen wir die Kopfhörer. Und, ähm, ja, dann schauen wir mal, da fangen wir mal los hier. Was haben wir hier dran hängen? Wie den Anhänger? Großen? Kleinen oder größten? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau. Großer, kleinen Anhänger. Und dann wieder links fahren. Und dann wieder links. Links abbiegen und dann links abbiegen. Dann haben wir also die Führendränge. Die Führendränge. Und dann fangen wir mit dem nach Hauptsala ab. Demnächst rechts abbiegen. Also, auf der Hauptsala, gehen wir schon in die Strecke. Dann fangen wir die wieder nach Hauptsala. Zu wieviel Mal weiß ich nicht. Aber es gibt bestimmte Touren. Auch nach Linz und so. Die habe ich sehr oft gefahren. Die auf den Neumann heute schon anspringt, weiß ich nicht genau. Seht ihr nur? Der macht ja Ferntouren. Da sieht man dann vorläufig auch gar nicht, was der bringt. Also Ferntouren bringt schon mal auf jeden Fall Geld. Weil es das zweimal Ferntouren sind. Der fährt sowieso jetzt gerade los. Der ist im Schlafen. Die fünfte Uhr. Da fangen wir die mal rein. So hat das im Wörter das jetzt nicht gedacht. Und das hätte beinahe geklappt. Wenn ich jetzt nicht so eine hintergründige Misstrauensgut war hätte. Immer geradeaus. Ja, muss gleich abbiegen. Den nächst rechts abbiegen. Genau. Jetzt schon. Biege nach rechts ab. Da steht meine. Worauf hast du die jetzt? Dass ich da reinfalle oder worauf? Wahrscheinlich. Das sind jetzt wieder so die fiesen, quasi. Die fiesen Tücken hier. Die der Simulator wieder für mich bereit hält. Für 10.000. Könnte sein. Oder waren es sogar 11.000. Also eine Stunde noch. Ich muss jetzt immer in Antalli. Und in Antalli fahren wir mit der Fähre rüber. 9 Stunden. Oder so. Ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Rechts halten. Und dann auswart rechts nehmen. Okay, genau. Wir fahren in Antalli. Wir fahren in Antalli. Wir fahren in Antalli. Ja. Wir fahren in Antalli. Kommt dann hier auch noch Überraschungen? Ah. Die Strecke ist ja relativ gleich. Und auf die Ferien? Da dürfte eigentlich keine Überraschungen kommen. Ja, das sind die Überraschungen hier. Das ist überraschend, dass einer von der Seite auftaucht, wo bisher nie einer auftauchte. Okay, wir fangen an den anderen an. Ja, sehr schön. Der Unterdaten des Gremit aber noch. Ja. Also, den ersten Ivico hat er immer gekauft. Wenn ich jetzt nur Ivicos gekauft hätte, dann hätte ich schon mal Hunderttausende rausgekommen. Könnte ich schon mal einen Ivico umsonst haben. Und meine Leute brauchen vielleicht schon keine vielen Zinspäs für die Aufträge. Und dann machen wir jetzt hier neue Vergesssituation. Immer geradeaus. Okay, danke. Also, ich habe das jetzt so gemacht, dass ich hier eine Runde fahre. Dann mache ich eine Runde Laufwand. Dann fahre ich wieder. Dann mache ich eine Runde Ergometer. Dann fahre ich wieder. Dann mache ich eine Runde Ergometer. Dann mache ich wieder eine Runde Laufwand. Um auf diese Weise die Südschlecht zu kompensieren. Ah. Muss ich jetzt hin nicht erst. Wollte ich doch sagen. Das wollte ich doch gesagt haben. Okay. Okay. Wie sieht es aus hier? Also, das Spielchen. Jetzt muss ich mal frei gehen. Okay. Wir tun sehr viel gut zu sein. Also. Eine Exempel. Demnächst links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Ja, genau. Und dann fangen wir da hoch. 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 Dann geht's am Vorher nach Schweden. Dann fangen wir da hoch. 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 Neue Route finden. Okay, jetzt haben wir 21 Uhr. Und wir können mal losfahren. Wir haben 21 Uhr auf dem Konto. Was hatte ich vorhin auf dem Konto, weiß ich nicht genau. Immer geradeaus. Immer geradeaus, ja. Könnte ich hier schon einen Aufleger kaufen. Ich habe noch 10.000 Kredite und 30.000 hier. 32.000. Dann könnte ich vielleicht gleich noch einen Aufleger kaufen. Damit mein Mann gleich vom ersten Tag an mit dem Aufleger fahren kann. 2,11 Uhr sieht man. Bege nach rechts ab. Und ehm. Okay, haben wir. Also auf nach, äh, da war's mal so einen Song früher. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und den habe ich aber vergessen. Ich weiß auch nicht mehr von dem Himmel, der war. Jedenfalls habe ich das noch mit dem Ohr. Was ist das für ein Papa? Könnte es sein. Müssen wir vielleicht... Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich kann ja nicht um den Geist. Was ist das jetzt hier? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Dann fangen wir mal hier rüber. Okay, einmal. Ich fahre hier ein bisschen unruhig hier. Weil mein Denkrad, das habe ich hier nur auf dem Tisch. Das klebt mal richtig dran, mal nicht. Und dann mal Mausbettig auf dem Tischdose. Das heißt Lenkradtischdose, Mausbettigdose. Ja, das ist keine optimale Bedingung. Aber es geht. Ich muss dann halt immer neu richten. Ja, so fahren kann man. Ich habe hier nur so ein billiges Lenkradtiv. Wie nennt sich das hier? Von LinkOS für 56 Euro. Also kein Torelstar von... LinkOS heißt das von... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Hersteller heißt. Schon wieder vergessen. Ja, also... Habe ich jetzt eigentlich das Mikrofon an. Das Mikrofon ist eingeschaltet. Weil das habe ich mir nicht auch passiert mehr öfter. Da ist dann in die Kamera babbel und keiner hat zu. Beziehungsweise das Mikrofon ist ausgeschaltet. Und meine intensiven Geistigen Genüsse werden dann der Welt vorenthalten. Wobei das natürlich mit den Gymnissen jetzt hier nur anwürzt ist, ne? Ja, also... Wir fahren hier 58. 70 Kilometer habe ich noch mit zum Ziehen. Die Subsala. Und dann haben die 10.000, die 11.000 noch wieder... Warte, sind die 11.000 oder 10.000? 11.000 glaube ich. Dann bin ich ja schon bei... Was bin ich denn? Bei 32.000 vielleicht dann. Bei 32.000 würde ich dann noch einen Kredit aufnehmen mit 10.000. Und dann könnte ich einen Aufliegerkopf runterstellen. Und dann hätte ich sieben LKWs und sieben Auflieger. Die Frage ist natürlich... Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Hat der überhaupt eine Anhängerkuppel? Kupplung? Die Winkum? Ich bin der ja vorbeigefahren. Weil es nicht ausging. Das hat mich jetzt irritiert. Und ja, es ist 4h54. Also der Tag geht langsam. und da wo wieder das große Kreuz ist, ein riesen Kreuz. Gab es da ein bisschen für Gustav Adolf oder der war ja gar nicht von Schweden. Das war in Dende, glaube ich, oder? Ich weiß nicht so genau. Jedenfalls ist es in Dortmund als Fischi hier gewesen. Ja, also schöne Gegend hier. Ich sehe zwar nicht so viel am Frühmorgen, aber die Sonne geht auf. Wir haben 5 Uhr. Bitte rechts halten. Da sind wir schon da, 24 Kilometer. Wir sind schon da. Das ist schön. Ich liebe diese großen Touren. Also nicht diese langen Touren da. Das ist die 5. Die 5. Die 5. Die 5. Die 5. Die 5. haben wir jetzt hier. Haben wir jetzt hier. Haben wir jetzt hier. Haben wir jetzt hier. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Die kommt immer dann, wenn du nicht damit rechnest. Irgendwann in die Nacht. Biegen nach rechts ab. Jetzt fangen wir jetzt mal gleich los. Und dann sind wir gleich da. Upsala. Hurra, hurra. Wir sind in Upsala. Salat in Upsala. Mal sehr wenig in die Nacht. Was haben Sie schon bei Upsala. La, 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 Upsala. ikenner. Oder如何? Ich hab jetzt hierll eingeladen. Alles war nicht das. Ich hab gesagt, er ist sicher ein kleines Tleisens. Wervenue schon da. Ein kleines Stück. am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen diese ausfahrt und dann links abbiegen biege nach links ab ok demnächst rechts abbiegen der wahrscheinlich nicht biege nach rechts ab demnächst rechts abbiegen hier endet es geschafft wo muss er hin wo wir da rein mal sehen ob wir dann hinkommen bestätigen dass wir kommen nicht hin der kommen nicht hin der kommen nicht hin die streng aber ich hab den doch schon gerade und da der Kunde steht da vorne und schon hier abbiegen ja dann habe ich jetzt was gemacht und die drohen und dann schluss verarmt und da kommen jetzt hälfte und dazu sehr schön sehr schön wir haben also 33.000 und das heißt also wir haben jetzt 55.000 und ähm was macht mein Männer meine Leute was macht der neue Mann hat der schon gearbeitet die fährt schon die fährt schon 2300 fährt der schon das braucht ja gar keinen wir kennen auch Flieger 2300 das ist ja ein super Lohn das ist ja ein super Lohn das lohnt sich ja ich bin gleichgeld sehr guter Mann sehr guter Mann also ähm sollten wir die in Amerika wegkaufen in Afrika ähm Läuftiger die haben die in der selten ja dann geht der und dann ähm jetzt kann man den kaufen auf auf Liga und dann haben wir den hier noch kaufen der geht dann da nach Bern ok Wartung Kürtenseiter Nummer 2 ok jetzt habe ich jetzt zwei Kürtenseiter und ähm damit sollten meine Leute gutes Geld bringen zwei Kürtenseiter ja gut jetzt habe ich 8000 jetzt hier noch für die 16.000 für die Bankkinder brauche ich 16.000 das heißt also 16.000 ich brauche noch ein bisschen Platz ich brauche noch einen Auftrag heute ich brauche noch einen Auftrag heute kleinen Auftrag noch ich brauche 8.000 ja vielleicht von nützlich nach die Sprüche wäre vielleicht auch nicht schlecht oder ne jacht ich bin schon zu müde ich bin schon zu müde heute für für sowas könnte ich vielleicht mal im Frühfahren von Computerprozessoren ähm wir haben halt so 8.000 Konto und deswegen bringen die Leute finanziell noch ein bisschen was 10.000 von Tarlini nach Stockholm 14 Tonnen schwergut mit Scania Zugmaschine Scania ok könnte man den vielleicht auch nehmen oder was ist das hier eine wichtige Livro die gibt mir Potente aber Tarlini ist wieder eine engen Geschichte ok gut ein bisschen warten noch ein bisschen eine kleine pause vielleicht eine stunde zwei stunden mal von okay habe ich sie da war es laufen oder ich habe eine Art Reifen gehofft ich habe sie in der Reifen gehofft und Und um, um, I still have to, no.